Ein umweltfreundlicher Bankbetrieb, die Orientierung am Gemeinwohl und eine verantwortungsvolle Unternehmensführung. Das Thema Nachhaltigkeit ist schon immer ein fester Bestandteil der Helaba-DNA. Um eine noch nachhaltigere Bank zu werden, haben wir eine Strategie mit fünf Zielen formuliert. Ein wichtiger Bestandteil sind dabei unsere Finanzierungen von nachhaltigen Unternehmen und Projekten. Weil wir dadurch zur Transformation der Wirtschaft beitragen und helfen, das Pariser Klimaschutzabkommen zu erfüllen, wollen wir diese Finanzierungen zukünftig ausweiten. Aber welche Finanzierungen sind nachhaltig? Die Antwort liefert uns das Sustainable Lending Framework. Es stellt Kriterien auf, wann Finanzierungen positive Wirkungen auf Umwelt oder Gesellschaft haben und damit als nachhaltig eingestuft werden können. Aber wie funktioniert das in der Praxis? Zunächst schauen wir, ob es sich um ein ESG-Produkt handelt. Beispielsweise, wenn wir mit dem Kunden verbindliche Nachhaltigkeitsziele vertraglich vereinbaren. Ist das nicht der Fall, trägt die finanzierte Aktivität vielleicht nach der Nachhaltigkeitsklassifikation der EU zum Klimaschutz bei. Oder die Finanzierung leistet einen Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Das trifft zum Beispiel bei Finanzierungen von nachhaltigem Wohnungsbau zu. Auch wenn wir Einrichtungen der Daseinsvorsorge, aus dem Gesundheitswesen oder der Bildung finanzieren, tragen wir zu den SDGs bei. Oder aber wir vergeben einen Kredit an eine Verkehrsgesellschaft, die damit Wasserstoffzüge kauft und so nachhaltige Mobilität voranbringt. Übrigens, schädliche Finanzierungen haben wir ganz ausgeschlossen. So finanzieren wir seit 2017 keine neue Kohle mehr. Mit unseren nachhaltigen Finanzierungslösungen gestalten wir gemeinsam mit unseren Kunden die Zukunft. Denn Transformation bedeutet Teamwork. Wir bringen Transformation voran. Nachhaltig.